Neugierig. Ich will dich zurück. Ich hatte keine Ahnung, was daraus entstehen würde. Ich weiß nicht, wie das funktionieren soll. Willst du da nur rumstehen und gaffen? Ja. Was willst du, Anastasia? Dieses Mal? Keine Regeln. Keine Bestrafungen. Und keine Geheimnisse. Keine Bestrafungen. Denkst du, du bist die erste Frau, die versucht hat, ihn zu retten?